Ein Schiff! Was ist das für ein Dreck hier? Wer soll das denn fressen? Seh ich aus wie ein Pip! Wer stört? Ich bin... Moin... Bro! Verpiss dich hier! Aber reiß dich mal zusammen, ey! Und warum hat überhaupt noch gar keine Spülmaschine ausgeräumt, hä? Die Spülmaschine ausgeräumt! Warum? Na ist doch ganz klar! Die Eiche hat doch heut Geburtstag! Da hab ich gesagt! Mach's doch einfach vor! Ist doch großzügig von mir! Oder nicht? Hä? Alter! Du bist... Du bist so unmöglich hier! Und vor allem, was machst du da mit meinem Kürbiskern? Das sind meine, das sind nicht deine! Womach sieht's denn aus? Wir reiben uns hier unter die Vorhaut! Nein! Eischart gekocht! Danke, mein Schatz! Geh mir nicht auf den Sack, du Penker! Ey, komm, Freundchen! Oder willst du wieder in die Gummizelle? Benimm dich mal ein bisschen! Gummizelle? Ich hab dich lieb! Arschloch! Hahaha! Vielen Dank fürs Abonnieren, Kommentieren und Bewerten! Euer Mr. Hartgrimm! Ciao!